So, mal sehen, ob das löst. Immer der Nase nach. Neugierig sind sie. Und äußerst geschickt, die Erdmännchen. Vor allem, wenn es um ihre Lieblingsspeise geht, die hier versteckt ist. Da findet so mancher ein Schlupfloch. Das ist mal was Cooles, wie ihr siehst. Coole Aktionen? Bei den kleinen Raubtieren aus dem Süden Afrikas immer gefragt. Sie sind gesellig und lieben Abwechslung. Mittendrin ihr Familienoberhaupt, die Königin. Sie sorgt für Nachwuchs. Hey, meine Süßen. Ja, Gräser. Er lässt sich nicht lumpen. Für seine Pfleglinge zieht er stets alle Register. Heute ein Vitamin-Cocktail mit Fleischbeilage. Mal sehen. Einer jedenfalls bleibt trocken. Er muss Wache schieben, Ausschau halten nach Feinden. Und die anderen notfalls warnen. Tja, das ist Arbeitsteilung. Der Rest feiert. Eine feucht-fröhliche Party. Doch so sehr Erdmännchen die Sonne genießen, sie tauchen auch gern wieder ab. In die Unterwelt. Da sind sie wieder ganz ungestört. Untertitelung. 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 Untertitelung.